Hallo meine Lieben ganz hinten hier aus der Ecke. Heute geht es nämlich um Felix. Der ist hier im Vordergrund. Das Navi ist aber auch mit dabei. Und ich stelle Felix jetzt ganz ganz viele Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Und Felix wird sie versuchen zu beantworten. Währenddessen er Auto fährt. Die erste Frage. Warum tankst du täglich? Weil ich nicht so viel tanke momentan. Weil die Spritpreise einfach viel zu hoch sind. Und ich immer auf bessere Tage hoffe. Und deswegen denke ich, ich tanke jetzt so 10 Euro. Beim nächsten Mal kann ich dann voll tanken, weil dann 1,30 wieder oder so sind. Ist Maggie deine erste Freundin? Maggie ist meine erste richtige Freundin, ja. Hast du dir vor 5 Jahren vorgestellt, dass dein Leben jetzt so ist, wie es gerade ist? Vor 5 Jahren? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also vor 5 Jahren, da war ich 13, Ende 13, sagen wir mal 14. Da kannte ich Maggie ja erstmal noch, also beziehungsweise, da kannten wir uns ja noch gar nicht. Und vor allem, ja, also es war nicht so, dass man jetzt sowas schon nachgedacht hat. Mit 13 oder 14. Das war halt eher so, ja, noch jugendlich, ne? Und nächste Frage. Wie lautet jetzt dein offizieller Titel? Ähm, also wenn das jetzt auf meine Ausbildung bezogen ist, dann bin ich jetzt seit gestern offiziell gelernter Kaufmann und Einzelhändler. Und, äh, ja. Wie passend. Woher ist dein Nackenkissen im Auto? Ähm, das hat ein Bekannter von Maggies Freundin. Von meiner Schwester. Äh, von Maggies Schwester genäht. Und, äh, war eigentlich für Maggie gedacht. Fürs Auto? Für mich? Da ich viel häufiger fahre als sie, habe ich mir das dann irgendwann geklaut. Ja, und wir haben es einfach hier im Auto vergessen. Also als wir es abgeholt haben, dann sind wir mit diesem Auto gefahren und ich habe es einfach immer hier drin gelassen. Ja, und seitdem habe ich das. Und seitdem hat Felix das. Auch. Nächste Frage. Wie war deine Prüfung? Ähm, also meine Prüfung war die schlimmste Prüfung, die ich bisher hatte. Nicht von der Note her, sondern einfach so vom Abhalten. Weil es war tatsächlich, äh, einmal, also man bekommt als Einzelhändler bei seiner Prüfung, also seine Abschlussprüfung, äh, also jetzt die mündliche Abschlussprüfung, zwei, ähm, Themenbereiche. Also, ähm, man hat drei Themenbereiche, von denen wird eine ausgewählt von den Prüfern. Von mir war das das Thema Marketing. Und, ähm, Thema Marketing wurden dann zwei, äh, Bereiche ausgewählt, unter denen ich den wählen konnte. War dann bei mir Marketing Mix oder, ähm, Sales Promotion, also Verkaufsförderung. So, und das sind so beides Bereiche, wo ich jetzt sage, die liegen mir nicht so, ähm, sie waren in Ordnung. Ich hatte auch echt kein Problem, äh, ich hab, ja, aber es war halt trotzdem so, dass, äh, man war da sich nicht so sicher. Man hat also, ähm, die Prüfung abgehalten. Und ich hatte echt so, in Anführungsstrichen Bauchschmerzen danach, ähm, als ich dann warten musste, bis die Prüfer sich beraten haben, was sie für eine Note mir denn geben. Was ist das? Und dann haben sie mich nach einer Viertelstunde reingerufen und haben gesagt, okay, ähm, ähm, wir geben dir jetzt eine Zwei. Worte, ja, ich hab viel gesagt, was vielleicht auch richtig war, aber überhaupt nicht zum Thema, weil ich bin echt vom Thema abgedriftet. Ähm, und dann sagte sie, ja, genau. Also, du hast soweit alles richtig gesagt und nicht unbedingt das, was wir hören wollten, deswegen können wir dir keine Eins, sondern nur eine Zwei geben. So, und, äh, da hab ich nachher mit einer Zwei bestanden. Bin jetzt im Prinzip auch insgesamt mit meinen, allen drei Prüfungen auf eine Zwei gekommen. Wie denkst du über das Thema oder das Hobby Reborn Babies? Ähm, ja, also über das Thema Reborn Babies oder das Hobby, ähm, denke ich, also positiv, absolut, weil, ähm, ich sag einfach, lieber ein Reborn Baby im gewissen Alter, ähm, vor allem wenn man diesen Kinder, oder einen Kinderwunsch hat, als nachher ein echtes Kind. Also, ich meine, äh, es gibt nichts Schlimmeres als, äh, mit keinem eigenen Gehalt, ähm, Gottes Willen, da gibt's auch Ausnahmen, aber, ähm, mit keinem eigenem Einkommen und, ja, halt einfach noch so jung ein Kind zu kriegen, weil du hast ja alles noch vor dir, du musst Schule machen, ähm, oder solltest Schule machen und es kommt alles auf einen zu, äh, äh, und dann ein eigenes Kind, das würde vieles zerstören, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, ähm, mit einem Reborn Baby, wenn man einen Kinderwunsch hat, äh, anzufangen. Wenn es hilft, vor allem, wenn manchen hilft es ja nicht, aber wenn, wenn es hilft, dann ist es auf jeden Fall was echt Gutes. Ja. Als nächste Frage, würdest du mich eher lieber geschminkt sehen oder ungeschminkt? Also öfters geschminkt oder halt natürlich? Also, ich bin ja eh immer Mensch, ich find, äh, Natura schöner, ähm, weil, letzten Endes, äh, finde ich dann ja, wenn, wenn sich eine Frau oder ein Mädchen schminkt, ähm, nicht mehr das Gesicht schön, sondern eigentlich das, was, was aus dem Gesicht gemacht wurde. Und deswegen, ich bin immer ein Mensch, der, der das Natura, ähm, äh, so am liebsten mag, weil das einfach, also, das ist einfach meine so Meinung, meine Meinung, ne? Nur mal kurz dran. So, meine Lieben, wir wurden im Auto unterbrochen und deswegen machen wir jetzt weiter. Ähm. Ja. Genau. Ich würde sagen, es geht los. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Wie alt bist du? 18 Jahre alt. Noch. Aber ich glaub, in das Video, ne, ist es ja schon 90. Also, er hat nicht so wohl Geburtstag. Mhm. Gut, aber heute bist du dran. Ich darf nicht so viel sagen. Was machst du beruflich? Ähm, momentan tatsächlich gar nichts, weil ich genau zwischen Ausbildung und, ähm, ja, meine... Ähm, ich arbeite im Einzelhandel, bin jetzt gerade mit meiner Ausbildung fertig, deswegen bin ich gerade so in einer Zwischenphase, wo ich gerade mal nichts mache, ähm, aber... Also, zwei Wochen lang? Ja, zwei Wochen. Also, er ist jetzt nicht arbeitslos oder so? Nein, nein, nein. Also, ich bin jetzt im Prinzip genau zwischen Ausbildung und meinem festen Beruf. Und was machst du dann? Ähm, dann bin ich sozusagen... Wie wäre man das? Ja, also, ich bin Angestellter bei meinem Vater im Betrieb, ähm, und das ist eine Einzelhandel, ja. Ich frage, möchtest du noch ein Kind? Ähm, natürlich, irgendwann. Momentan natürlich noch, also, das heißt natürlich noch nicht, momentan möchten wir noch nicht. Ähm, einfach weil das jetzt viel zu viel wäre mit zwei Lütten, ähm, die jetzt wirklich noch, also gar nichts so von alleine können. Dementsprechend, ähm, warten wir so bis die Lütte nachher so Richtung, also Richtung fünf Jahre, was das jetzt genau wird, weiß ich nicht. Da kann mehr, kann weniger sein, ähm, aus den Gröbsen raus ist, dass man halt, ähm, aber auch nicht der Abstand zu groß wird, weil das ist auch nicht schön. So, so ein Mittelding. Nächste Frage. Welche Ausbildung hast du gemacht? Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht. Ähm, ja. Gegen drei Jahre, ne? Gegen über drei Jahre, genau. Ähm, die ersten zwei Jahre sind sozusagen der Verkäufer und dann geht es weiter mit dem Einzelhandel. Ähm, aber da ich vom Anfang an gesagt habe, ich mache Einzelhandel, waren es halt immer drei Jahre, ne? Kannst du kochen? Ähm, also bedingend. Also ich kann die einfachsten Sachen kann ich in der Küche, sprich Pizza, Felsichtüten, das kann ich. Ähm. Pizza. Ich könnte, glaube ich, auch mehr ohne Probleme, brauche ich dann aber auch immer ein Buch dazu oder vom Internet irgendwelche Rezepte, dann ist das kein Problem. Also ich bin jetzt nicht einer, der nicht mit den Küchengeräten umgehen kann oder, ähm, ja, gar nichts kann. Also ich kann, die Grundbasics kann ich. Ich würde auch Spaghetti selber hinkriegen ohne Rezept, aber, ähm, dann so noch höher wird dann schwer ohne Rezept. Also tatsächlich entweder mit Rezept, äh, schwere Sachen auch, aber, oder halt ohne und dann die ganz leichten. Ich kann grillen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist gut, er kann grillen. Genau. Ja.